Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Vielleicht sollten Sie rangehen. Ähm, hallo? Mr. DeWitt? Ähm, ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Tja, der Mann hat ein Ego. Einige fragen mich. Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die so im firmeneigen Laden gültig sind? Ich sag euch was. Ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte. Zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Der Fink Nymat. Der Fink Company Store bietet euch an einen Ego. COSeeee Kannst du ihn, ein fein, ein fein und ein fein.